2. Kapitel, in welchem gezeigt wird, was Äpfel vermögen. So ward denn unser Held erzogen, bis er 16 Jahre alt wurde. Zu dieser Zeit erwies er sich als kräftiger, gut aussehender Bursche, dessen Mundwerk munter klapperte und der, wenn es ihm in den Kram passte, sogar seinen Vater um und um zu schwatzen vermochte. An einem schönen Sommermorgen, als Jack draußen herumstreifte, gewahrte er hinter einem Zaun einen Apfelbaum, dessen Früchte in der Sonne leuchteten. Jack sprang sofort über den Zaun, erkletterte den Baum und biß in einen der schönsten Äpfel. »Heda, Bursche, ich frage, was macht ihr da?« rief eine grobe Stimme. Jack blickte hinunter und sah einen derben untersetzten Mann in grauem Oberrock und roter Weste unter dem Baum stehen. »Seht ihr nicht, was ich hier mache?« entgegnete Jack. »Ich esse Äpfel. Soll ich euch ein paar hinunterwerfen?« »Freundlichen Dank. Je weniger davon gepflückt werden, desto besser wird es sein. Da ihr von diesen Äpfeln esst und anderen davon anbietet, meint ihr vielleicht, sie gehören euch?« »Sie gehören mir nicht mehr als ihm, lieber Mann.« »Mich denkt, diese Eure Bemerkung kommt der Wahrheit ziemlich nahe. Doch ganz stimmt sie auch wieder nicht, junger Bursch. »Diese Äpfel sind mein und ich ersuche euch, so bald wie möglich herunter zu spazieren. Hier unten wollen wir die Sache dann schon klarstellen und verlasst euch drauf,« fuhr der Graurock fort, indem er seinen Knotenstock schwang. »Wir wollen richtige Abrechnung halten.« Jack Easy fand diese Aussichten nicht besonders verlockend. »Lieber Mann,« sagte er, »es ist nur euer Vorurteil, wenn ihr euch einbildet, diese Äpfel wären nicht, so wie alle anderen Früchte, zum Niesbrauch aller Menschen da. Sie sind nichts als allgemeines Eigentum, glaubt mir das.« »Das ist eure Meinung, Burschchen, und ich hoffe, ich darf meine eigene dazu haben.« »Ihr findet meinen Satz in der Bibel, Freund,« entgegnete Jack. »Ich habe ihn aber dort noch nicht gefunden.« »So holt eine Bibel her,« warf Jack ein, »und ich will euch den Satz zeigen.« »Ich bin überzeugt, ihr wartet meine Rückkehr nicht ab. Ne, ne, mir sind schon zu viele Äpfel von meinen Bäumen wegstibitzt worden, und lange genug habe ich den Dieben aufgelauert. Jetzt habe ich einen von ihnen erwischt und will schon dafür sorgen, dass ihr mir nicht ohne Apfelbrühe davonkommt. Herunter mit euch, junger Dieb, der ihr seid. Herunter, sag ich, sonst soll euch das Schlimmste treffen.« »Schönen Dank,« meinte Jack, »aber ich befinde mich hier sehr wohl. Beliebt's euch, bespreche ich die Angelegenheit mit euch von hier herunter.« »Dazu habe ich keine Zeit, mein Bursche, habe voll aufzutun. Ihr aber glaubt ja nicht, dass ich euch entschlüpfen lasse. Wollt ihr nicht herunterkommen? Gut, dann bleibt oben. Ich aber versichere euch, dass ich euch dennoch herunterbringe.« »Was ist mit einem Mann anzufangen,« dachte Jack, »der auf keine Vernunftgründe hören will.« »Oh, welche Welt ist diese Welt!« »Aber hier wird er mich nicht mehr finden, wenn er wiederkommt. Dessen bin ich sicher.« Hierin irrte Jack jedoch sehr. Der Pächter, denn das war der Graurock, rief einen Jungen zu sich, der hinter der Hecke lag, und flüsterte ihm etwas ins Ohr. Der Junge rannte nach Hause, und nach kaum einer Minute sah man einen Bullenbeißer durch den Obstgarten dahergehetzt kommen. »Pack ihn, Cäsar!« sagte der Pächter zu dem Hund. »Pack ihn!« Cäsar streckte sich ins Gras, reckte den Kopf in die Höhe, stierte Jack an und wies zwei Reihen Zähne, durch die alle Philosophie aus dem Kopf unseres Helden verscheucht ward. »Ich kann nicht hierbleiben, aber Cäsar kann's, und als Freund sage ich euch, wenn er euch packt, lässt er kein Glied an euch ganz. Ist's geschehen, komm ich wieder!« Mit diesen Worten ging der Pächter von Dannen und überließ es unserem Helden die Angelegenheit, wenn er Lust dazu haben möchte, mit dem Bullenbeißer zu besprechen. Nach einer Weile senkte der Bullenbeißer den Kopf und schloß die Augen, als ob er schliefe. Jack aber bemerkte, dass bei der geringsten Bewegung, die er machte, des Hundesaugen blinzelten, und so beschloss er denn klüglich, auf dem Baumhoch hocken zu bleiben. Er schmauste noch einige Äpfel, denn es war inzwischen Mittagszeit geworden, und während er schmauste, machte er seine Glossen. Jack hatte nur wenige Minuten lang glossiert, als er durch ein zweites Tier darin unterbrochen ward. Diese zweite Bestie war ein Stier, der sich in den Obstgarten verlaufen hatte und brüllend und das Gehirn senkend auf den Hund zulief. Cäsar fuhr auf und glotzte dem Bullen an, der, den Schwanz in die Höhe gerichtet, gegen ihn anstürmte. Der Hund wich den Stößen des Bullen aus, dieser aber gab seine Jagd nicht auf, so dass beide Bestien sich eine Strecke weit vom Apfelbaum entfernten, was Jack zu augenblicklicher Flucht ermunterte. Unglücklicherweise aber hatten die Bestien ihren Kampfplatz dicht an dem Zaun gewählt, über den Jack in den Garten gekommen war. Gleich viel, dachte Jack, jedes Feld hat zwei Längsseiten, und wenn die andere Hecke auch näher am Hause des Pächters liegt, bleibt mir doch keine andere Wahl. Jack wollte eben vom Baum herunterklettern, als er ein scheußliches Heulen hörte. Der Stier hatte den Bullenbeißer auf den Hörnern und warf ihn hoch in die Luft. Jack sah, wie der Hund über die Hecke flog, und er also seiner Schildwache ledig war, während der Stier wie mit Trompetengeschmetter, denn er schnobgrimmig, seinen Sieg feierte. Jack rutschte also Baum ab und ergriff das Hasenpanier. Zu seinem Unglück wurde der Stier ihm gewahr, fing siegestrunken noch grimmiger an zu brüllen und setzte unserem Helden nach. Jack erkannte die Gefahr, in der er schwebte, und die Flucht verlieh ihm Flügel. Er rannte nicht nur durch den Obstgarten, sondern setzte auch über die fünffußhohe Hecke in demselben Moment, als der Stier mit seinem Gehörn durch sie hindurch fuhr. »Warn dich, bevor du springst«, ist ein uraltes Sprichwort. Hätte es Jack befolgt, würde er nicht auf der anderen Seite der Hecke in ein kleines Bienenhaus gefallen und zwei Körbe umgestoßen haben, deren Bewohner diesen unbescheidenen Besuch übel aufnahmen und Jack von allen Seiten jämmerlich heimsuchten. Jack konnte nichts tun als laufen. Je ärger er aber lief, desto grimmiger verfolgten ihn die Bienen, und Jack wollte vor Schmerzen rasend werden. Da stolperte er über das niedrige Gemäuer eines Brunnens. Jack konnte es nicht vermeiden, in den Brunnen zu purzeln, doch hatte er Geistesgegenwart genug, die Eisenkette zu fassen, als diese ihm quer übers Gesicht schlug. Mit ihr zusammen fuhr Jack etwa vierzig Fuß tief in den Brunnen und schließlich ins Wasser, tauchte wieder auf, nun von den Bienen befreit und hielt sich an der ganz von der Welle abgerollten Kette, so gut er konnte, über Wasser. Nach einigen Sekunden fühlte Jack etwas unter seinen Füßen. Es war der Eimer, der etwa zwei Fuß tiefer an der Kette hing. Jack stellte sich mit beiden Füßen in den Eimer und fühlte sich nun recht wohl, denn nach den empfangenen Bienenstichen und der Hitze, in der er durch den Wettlauf mit dem Bullen geraten war, empfand er die Kühle des Brunnens als sehr angenehm. Nachdem er zehn Minuten lang im Eimer gestanden hatte, klapperten ihm dennoch die Zähne und bebten ihm die Glieder. Er fühlte sich wie betäubt und meinte, es möchte an der Zeit sein, nach Hilfe zu rufen, was er anfänglich nicht hatte tun wollen, weil er fürchtete, oben mit dem Pächter und dessen Leuten zu tun zu bekommen. Jack wollte eben ein Hallo schreien, als er spürte, dass die Brunnenwinde sich drehte und er über Wasser kam. Anfänglich hörte er Klagen über die Schwere des Eimers. Dies wunderte ihn jedoch nicht. Dann hörte er ein weibliches Gekicher und ein männliches Gelächter. Dann kam er in die Höhe und konnte fast über den Brunnenrand hinwegsehen. Schon wollte er um sich greifen, um sich vollends aufs Trockene zu bringen, als die an der Winde Beschäftigten ihn erblickten. Es waren ein Knecht und eine Magd. »Vielen Dank«, sagte der immer höfliche Jack. »Man sollte niemals vorschnell mit seinen Dankessagungen sein.« Die Dirne schrie und ließ die Kurbel los. Der erschreckte Knecht bekam sie nicht mehr zu fassen. Sie drehte sich, schlug ihn unter das Kinn und schmiss ihn zu Boden, ehe das vielen Dank noch ganz über Jacks Lippen gekommen war. Mit Blitzschnelle sauste Jack wieder in die Tiefe. Zu seinem Glück hatte er die Kette noch nicht losgelassen, sonst würde er an der Brunnenwand zerschmettert worden sein. »Schnurre ich das«, dachte Jack, als er seinen nassen Hut fester auf den Kopf drückte. »Jedenfalls können Sie jetzt da oben keine Unwissenheit vorschützen. Sie müssen ja gemerkt haben, dass hier jemand ist.« Mittlerweile rannte die Magd in die Küche und warf sich auf einen Schemel, von dem sie jedoch ohnmächtig wieder herunter und auf etliche zierliche Haufen von Brotteig purzelte, die, um in den Ofen geschoben zu werden, säuberlich auf den Boden gelegt worden waren. »Gott erbarm's, was ist mit der Susanne?« rief die Pächterin. »Mary, Hans, wo steckt ihr? Gott helf uns, die drückt uns den Brotteig zum Pfannkuchen platt!« Hans folgte der Suse bald nach, hielt seine Kinnbacken mit beiden Händen und sah trübselig und erschrocken aus zwei Gründen aus. Einmal, weil er glaubte, seine Kinnbacken wären zerschmettert, und zweitens, weil er glaubte, den leibhaftigen Satan gesehen zu haben. »Gott, steh uns bei«, rief die Pächterin abermals. »Mary, Mary, Mary«, schrie sie dann und bekam es nun doch mit der Angst, weil sie Suse nicht von dem Teiglager wegbringen konnte, auf dem diese ohne Besinnung schwer wie Blei lag. Mary hörte endlich den lauten Ruf ihrer Gebieterin, eilte herbei und half der Suse in die Höhe. Doch war keine Hoffnung mehr, dass der Teig jemals wieder in die Höhe gehen würde. »Hans, warum kommst du nicht und hilfst der Suse?« schallte Mary. »Oh, oh, oh«, war alles, was Hans antwortete, der sich von der Hilfe, die er Susanne geleistet, völlig verausgabt hatte und seinen Kopf gleichsam in der Hand hielt. »Was gibt's hier, Mädchen?« fragte der eintretende Pächter. »Was fehlt der Suse? Und was fehlt dir, Hans?« »Dass dich das Mäuslein beißt. An diesem Tage Gottes scheint ja alles verkehrt zu gehen. Erst werden die Äpfel gestohlen, dann werden alle Bienenkörbe kopfunterkopfüber in den Garten gestoßen, dann liegt Cäsar da, dem der Bulle den Leib aufgeschlitzt hat, dann bricht der Bulle in die Hecke und stürzt in die Sägegrube. Was eigentlich nichts als eine vornehme Umschreibung für eine Grube ganz anderen Inhalts ist. »Und wie ich jetzt herkomme, um mir Hilfe zu holen, dass der Ochse wieder aus dem Loch herausgeschafft wird, finde ich die eine Magd wie eine Tote und Hans sieht aus, als ob er den Teufel gesehen hätte.« »Oh, oh, oh«, heulte Hans, indem er höchst zustimmend nickte. »Sollte man doch wirklich glauben, der Teufel sei los heute. Hans, was ist? Hast du ihn gesehen? Hat Susi ihn gesehen?« »Oh, oh, oh«, »hat er dir die Maulsperre angetan, dass du kein Wort sprichst? Ist das Mädchen wieder bei Sinn?« »Ja, ja, ihr ist besser. Suse, so sagt doch, was los ist.« »Oh, oh, oh, im Brunnen, im Brunnen.« »Aha, steckt der Teufel im Brunnen. Ich will ihn mir auch mal besehen.« Der Pächter trabte zum Brunnen und bemerkte, dass die Eimer ganz unten und die Kette völlig von der Welle abgelaufen war. Er guckte erst umher, dann der Kette nach. Jack, den heftige Ungeduld plagte, hatte eine Zeit lang nach dem ersehnten Beistand, den er gern früher hätte kommen sehen, in die Höhe geblickt. Jetzt verfinsterte des Pächters Kürbisgesicht teilweise das Stück Himmel, das er von unten erblickte. »Hier bin ich,« schrie Jack, »windet mich herauf, hortig, sonst komme ich hier um.« Und Jack sprach wahr, denn seine Körperkräfte schwanden, wenn ihm auch der Mut noch nicht gewichen war. »Heidi, da ist wohl gar einer in den Brunnen gefallen,« rief der Pächter. »Nimmt denn heute das Unheil kein Ende? Nun, einem Christenmenschen muss er aus dem Brunnen als einem Bullen aus der Sägegrube geholfen werden. Hey, Leute, her!« Nach kurzer Zeit standen die bei der Sägegrube beschäftigt gewesene Knechte um den Brunnen herum. »Ihr da unten, haltet jetzt fest!« »Wird gemacht,« rief Jack. Die Welle drehte sich, und Jack sah mehr und mehr vom Himmel. Sobald er oben war, holten die Knechte ihn über den Brunnenrand und legten ihn ins Gras, denn Jack hatten die Kräfte verlassen. »Dass dich dieser und jener, das ist doch der Bursche, der auf meinem Apfelbaum saß,« rief der Pächter. »Doch soll er drum nicht des Todes sein, wenn er mir ein paar Äpfel gestohlen hat. Hebt ihn auf, Jungs, und bringt ihn hinein. Er ist starr vor Kälte. Kein Wunder.« Der Pächter ging voran. Die Knechte folgten ihm mit unserem Helden auf den Schultern, und drinnen angekommen, flößte ihm der Pächter ein Glas Schnaps ein, wodurch Jacks Blut wieder in Umlauf und Jack selbst bald wieder auf die Beine kam. Nachdem Jack berichtet hatte, was geschehen war, fragte der Pächter, »Wer seid ihr denn? Wie heißt ihr?« »Mein Name ist Easy,« antwortete Jack. »Wie? Was?« »Ihr seid, ihr seid auch nicht der Sohn Mr. Easy's von Forest Hill.« »Der bin ich.« »Aber das ist ja mein Pachtherr und ein recht guter Pachtherr obendrein.« »Junger Herr, warum sagtet ihr denn das nicht gleich, als ihr noch auf dem Apfelbaum saßt? Alle Äpfel im Garten hätten euch zu Diensten gestanden.« »Guter Freund,« versetzte Jack, »der einen zweiten Schnaps zu sich genommen hatte und nun wieder ganz rätselig war. Lasst euch das eine Warnung sein und hört hübsch zu, wenn jemand mit euch etwas besprechen will. Wäret ihr geblieben, würde ich euch unwiderlegbar bewiesen haben, dass ihr nicht mehr Recht an den Äpfeln habt als ich. Aber ihr wolltet ja meinen Gründen kein Gehör geben. Stattdessen lasst ihr euren Hund holen, dem der Stier den Wanst aufschlitzt. Der Stier bricht ein Beine der Sägegrube, die Bienenkörbe werden umgestoßen und ihr büßt all euren Honig ein. Eurem Knecht Hans wird der Kinnbacken zerschunden, eure Magd verdirbt euch all euren Brotteig. Und dies alles geschieht warum? Bloß, weil ihr nicht mit mir reden wolltet. Das mag ja richtig sein, Master Easy. Doch seit ich Haus und Scheune und Feld und Garten von eurem Herrn Vater pachtete, ließ ich mir nicht einfallen, dass jemals ein Mensch mir Würde beweisen wollen, die Äpfel in jenem Garten wären nicht die meinen. Nun aber wollen wir die Sache von eurer Seite betrachten. Ihr klettertet in den Baum, um Äpfel zu schmausen. Die, zu kaufen, ihr Geld genug in der Tasche habt. Ihr werdet von einem bissigen Hund bewacht, werdet von einem Bullen beinahe niedergerannt, werdet von Bienen gestochen und stürzt in einem Brunnen, so dass ihr siebenfach hättet des Todes sein können. Und das alles. Warum? Um etlicher Äpfel willen, die keine sieben heller wert sind. Alles wahr, lieber Mann, entgegnete Jack. Nun vergesst ihr, dass ich ein Philosoph bin, der durch seinen Vater von der Gleichheit der Menschen weiß. Ist's denn möglich? Ich habe mein Leben lang nicht gewusst, dass ein Äpfelmausender Junge ein Philosoph genannt werden darf. Wir nennen das, was ihr auf dem Baume tatet, Mundraub. Und den verbietet das Gesetz. Und ich sehe nicht ein, wie das, was durch das Gesetz verboten wird, verteidigt oder, wie ihr es nanntet, vertreten werden kann. Ihr versteht die Sache nicht, Pächter. Richtig, ich verstehe sie nicht und bin zum Lernen zur Altmaster Easy. Alles, was ich zu sagen habe, ist, alle Äpfel in meinem Garten stehen euch, weil ihr der Sohn meines guten Pachtherrn seid, zu Diensten. Und zieht ihr vor, die Äpfel zu mausen, anstatt sie zu erbitten, was ich mir durch den Spruch Gestohlene schmeckt am besten erklären würde, so will ich euch nur bemerken, dass ich meinen Leuten Befehl geben werde, euch dabei nicht zu stören. Mein Wagen steht ebenfalls angespannt. Beliebt's euch, soll euch mein Knecht nach Hause fahren. Meine Empfehlung an euren Herrn Vater und sagt ihm, es täte mir herzlich leid, dass ihr in den Brunnen gefallen seid. Da Jack sich mehr nach einem Bett als nach einer philosophischen Diskussion sehnte, wünschte er dem Pächter einen guten Abend und ließ sich nach Hause fahren. Die Bienenstiche begann jedoch so zu brennen, dass es Jack ganz recht war, zu Hause beim Tee den Dr. Middleton anzutreffen. Er sagte diesem bloß, dass er das Unglück gehabt hätte, einen Bienenkorb umgestoßen zu haben und jammerlich zerstochen worden zu sein. Die ganze Geschichte zu erzählen, sparte er sich für eine bessere Gelegenheit auf. Dr. Middleton verschrieb ihm etwas, aber als er Jacks Puls fühlte, stellte er heftiges Fieber fest, das nach dem Vorgefallenen nicht verwunderlich war. Jack war zur Ader gelassen und musste eine Woche lang das Bett hüten, bevor er wieder genas. Während dieser Zeit hatte Jack ernstlich nachgedacht und einen festen Entschluss gefasst. Wir müssen aber noch eines anderen Umstands gedenken, der höchstwahrscheinlich Jacks Entschluss mit beeinflusst hat. Als Jack an dem erwähnten Abend nach Hause kam, fand er außer Dr. Middleton auch einen Kapitän Wilson vor, einen weitläufigen Vetter der Familie, der nur zu selten zu ihnen kam, weil er sehr weit von Forest Hill entfernt wohnte. Wilson hatte Frau und Kinder und mußte von dem Halbsold leben, auf den er gesetzt war, so daß er kein Sohlenleder zu Kompliment besuchen hatte. Der Zweck seines Kommens war, Mr. Easy um Hilfe zu bitten. Es war ihm nämlich geglückt, das Kommando einer Kriegsschaluppe zu erhalten, allein es fehlten ihm die Mittel zur Ausrüstung, wenn er nicht die Seinen gänzlich geldlos zurücklassen wollte. Deshalb wollte er Mr. Easy bitten, ihm etliche hundert Pfund vorzustrecken, bis er sie von seinen Prisengeldern würde zurückerstatten können. Mr. Easy war nicht der Mann, der solche Bitten abschlug, und gab Wilson eine Anweisung über tausend Pfund mit der Bemerkung, der Vetter könne nach seiner Bequemlichkeit zurückzahlen. Kapitän Wilson setzte eine Schuldverschreibung auf, in der er Rückzahlung versprach, sobald er Prisengelder erhalten haben würde. So bindend für einen Mann von Ehre diese Verschreibung auch war, so war sie doch im gerichtlichen Sinne ebenso gültig, als wenn er sich verpflichtet hätte, zurückzuzahlen, sobald die Kühe nicht mehr zur Weide gehen würden. Als Jack eintraf, war das Geschäft eben abgemacht worden, und der Kapitän saß plaudert mit der Familie beim Tee. Jack grüßte den Kapitän, den er seit längerer Zeit kannte, litt jedoch, wie schon bemerkt worden ist, so heftige Schmerzen, daß er sich bald mit dem Doktor zurückzog und dann zu Bett ging. Während einer Woche findet selbst ein 16-jähriger Bursche Zeit genug zum Nachdenken, obwohl man in jenem Alter eben nicht sehr zum Denken geneigt zu sein pflegt. Jack aber lag während jener Woche im Bett. Seine Augen waren von den Bienenstichen so geschwollen, daß er weder lesen noch sonst sich die Zeit vertreiben konnte. So dachte Jack denn nach, und das Resultat seiner Grübeleien soll dem Leser jetzt dargelegt werden. Als Jack sich nach acht Tagen genesen fühlte, kam er in das Wohnzimmer hinunter, wo er seinem Vater die erlebten Abenteuer erzählte, in deren Folgen er genötigt gewesen war, das Bett zu hüten. Quintessenz seiner Überlegungen war, das, was sein Vater als seine Philosophie, als sein Mittel, die Welt zu verbessern, betrachtete, konnte unmöglich richtig sein. Wie sollte es denn auch? Man denke nur an die Behandlung des Organs der Gutmütigkeit und der Gewalttätigkeit. Nun war Jack zwar dank seiner Eltern ein verwöhnter Junge, aber er war auch trotz allem ein guter Junge mit einem guten Kern, ein Junge, dessen Herz auf dem rechten Fleck saß. Dass bei seinem Vater etwas nicht richtig sein konnte, das war ihm schon klar. Nur was und wie und wo, das sah er noch nicht. Das Bild, das er bisher von der Welt vermittelt bekommen hatte, war falsch. Wollte er bestehen, mußte er sich dieses Weltbild korrigieren lassen. Sein Vater war dazu nicht in der Lage, seine Mutter war ebenfalls nicht die geeignete Person dazu. Ihr Organ der Gutmütigkeit war viel zu stark ausgebildet, also mußte er sich dieses Weltbild woanders verschaffen. Einen Ausweg aus diesem Dilemma schien ihm der Kapitän Wilson anbieten zu können. Wie, wenn er Jack zur See ginge. Das alles versuchte Jack seinem Vater klarzumachen. Aber erst nach vielen Argumenten und Gegenargumenten ließ sich sein Vater die Zustimmung abbringen. Jack, du sollst zur See gehen, wenn du es wünschst. Dann ist es also abgemacht, versetzte Jack mit triumphierender Miene. Jetzt steht die Frage, mit wem? Und was läge dann er, als mit Kapitän Wilson zu segeln? Ich will an ihn schreiben, sagte Mr. Ese niedergeschlagen. Doch hätte ich gern zuvor seinen Kopf befühlt. Kapitän Wilsons Antwort war, wie sie es kaum anders erwarten ließ, zusagend und enthielt überdies das Versprechen, dass er Jack wie seinen eigenen Sohn behandeln wolle. Unser Held bestieg seines Vaters Gaul und ritt hinüber zu Mr. Bonnie Castle, seinem Lehrer. Ich will zur See, Mr. Bonnie Castle. Das Beste, was ihr tun könnt, sagte der Pädagoge. Unser Held begegnete Dr. Middleton. Ich will zur See, Dr. Middleton. Das Beste, was ihr tun könnt, entgegnete der Doktor. Ich will zur See, Mutter, sagte Jack abends beim Tee. Zur See, Jack, zur See? Nein, nein, Jack, du sollst nicht zur See, versetzte Mrs. Ese mit Grausen. Doch, doch, Vater hat eingewilligt und gesagt, eure Einwilligung würde er schon erhalten. Meine Einwilligung sagte das, ach du mein Schöpfer, ach mein lieber, lieber Junge. Und Mrs. Ese weinte bitterlich. Und Mrs. Ese weinte bitterlich.